hallo schön dass ihr wieder da seid schön dass ich wieder hier bin ja ich habe mir gedacht ich habe ein thema also mache ich ein video für euch das hat jetzt ein bisschen länger gedauert weil wir auch mal ein bisschen pause zwischendurch gemacht haben das hier ist der american truck simulator in vr mit der oculus quest 3 und ich habe mir mühe gegeben das so schön wie möglich für euch zu capturen damit ihr mal hier seht wie das in vr aussieht und ich mache mal so eine kleine room tour hier guck mal hinten ist das bett mit dem originalen red rage kissen und einer schönen fünfseitigen gitarre oben drüber so wie das sein muss ein paket plempe damit man auch falls man durch kriegt auf dem weg oder man müde wird ein schönes kühles getränk zu sich nehmen kann den müll der hunde ignorieren wir mal ja ich muss das bett noch beziehen könnte ordentlicher sein aber so alles in allem ist das schon ganz schön und so in 3d sieht das dann im quest 3 headset aus da unten ist eine dose plempe ohne und der schöne red rage logistik mag und natürlich haben wir hier einen kleinen lufterfrischer in der sorte red rage was auch sonst so dann schmeißen wir die kiste mal gleich an hier und dann zeige ich euch mal wie das aussieht wenn man hier so ein rötchen pferd so zack nicht wundern das bild ist oben und unten ein bisschen beschnitten damit es hier passt ich muss das auch etwas stabilisieren weil mein kopf dann doch zittriger ist als das im endeffekt im video aussieht aber wir drehen es mal so ein rötchen ums karree und gucken uns den spaß mal an und was soll ich sagen das macht spaß ihr habt das gefühl ihr sitzt in so einem kenwolf w 900 das ist der knaller und ja da kommt ein richtiges highway feeling auf ich kann gar nicht sagen wie viel bock das macht vor allen dingen weil man halt auch die tiefe einschätzen kann und auch diese abbiegungen auf der straße das kann man sehr gut einschätzen wenn man da mal so ein bisschen rum fährt ich kruise mal so ein bisschen durch die gegend so rechts um mal ganz davon abgesehen man kann tatsächlich in beide aus den spiegel gucken das macht auch richtig spaß ich habe ungefähr jetzt ein dreivierteljahr rum gedoktert mit der rtx 40 90 dem ryzen 7 150 x 3d 32 gb ram mit 6000 megahertz takt timing ne takt so cl 30 timing und habe hier alles eingestellt diverse mods ausprobiert diverse wege ausprobieren bis das hier so flüssig in der optik lief mit der schärfe dass das geil ist dass man alles ablesen kann und ja das ist einfach ohne mikro stottern von sich geht großen teil dabei hat auch das neue oder die neueren updates haben auch einen großen teil gespielt da ist es richtig gas gegeben mit 1.5 wurde die engine ein bisschen optimiert so dass mehrere kerne meines prozessors auf einmal benutzt werden das hat spaß gemacht das ist super gerne davon mehr die grafikkarte wird immer noch nur zu 40 50 prozent ausgelastet es ist halt eine 40 90 und abgesehen von der extrem hohen auflösung die wir hier fahren mit maximaler questauflösung mal 1,2 wird das für das ist das einzige wo die ein bisschen anfängt zu schwitzen aber das problem ist das spiel kommt mit dem berechnen nicht nach der prozessor ist immer noch der limitierende faktor das ist echt ein großes problem ich hoffe dass sich das mit den weiteren nächsten updates noch verbessert joa und was soll ich sagen mit dem richtigen anti alleasing mod von einem bestimmten modder läuft das hier ganz gut falls ihr auch eine anleitung haben wollt wie man den spaß hier in vr so einstellt mit einem sehr leistungsfähigen rechner wie gesagt 7950 extra d und 40 90 dann schreibt mir das doch mal in die kommentare ich mache euch gerne ein video dazu wo wir mal einfach alles durchgehen wie man das hier einstellt damit das so aussieht und sich so spielt in vr ansonsten kann ich nur sagen dankeschön fürs zuschauen bei diesem kurzen erfahrungsvideo und wünsche euch eine super restwoche und kann nur sagen bis denn euer dan tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020